Jo Leute, es ist schon recht spät am Abend, aber noch eine kleine Information für euch. Ich will heute biken, denn die Bike Season ist natürlich wieder mal hart am Start. Ich wollte euch eigentlich nur schnell sagen, dass es jetzt einige Bike Videos von mir geben wird, so ein paar Tipps und Tricks, Blablabla, Bike Videos, also wirkliche Edits und natürlich ein paar, wie ich was mache am Bike, Umwärfe einstellen, bremsen, richtig reinigen, Sachen auseinanderbauen und so weiter. Und ich habe mir auch gedacht, ob ihr es vielleicht ganz cool fände, wenn ich so ein paar Vlog-Videos mache, so follow me around, blablabla, was ich so mache. Schreibt es einfach runter, wie ihr das so findet. Ich wollte es euch nur kurz sagen und ich wollte euer Feedback auch dazu hören. Sagt mir einfach, wie ihr solche Videos findet, ob euch das interessiert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit 4Freeskir. Bis dann, ciao!